Hallo, mein Name ist Sven Timmermann. Ich bin Kunden-Support-Manager beim Original-Meldoffer-Verblender und ich darf Ihnen heute in diesen kurzen Videos einiges über unser Point-of-Sale-Material erklären. Unsere Meldoffer Metallbox zeigt Ihnen ganz eindrucksvoll dem Meldoffer Flachverblender einem Klinkerriemchen gegenübergestellt. Wir können hier den Kunden zeigen, welches Know-how der Meldoffer hat bei der Nachstellung von Klinkerriemchen. Wir zeigen in diesen Metallboxen immer auf der linken Seite das Klinkerriemchen und auf der rechten Seite den Original-Meldoffer Flachverblender. Und schauen Sie und fühlen Sie einmal selbst, ob Sie wirklich einen Unterschied erkennen. Auch diese Boxen haben wir in mehreren Farbtönen gestaltet. Insgesamt können Sie unter drei verschiedenen Farbtönen wählen. Es gibt diese Box mit einem roten Verblender, es gibt die Box mit einem gelben Verblender und es gibt die Box mit einem grauen Verblender. Alle unsere Point-of-Sale Materialien finden Sie in unserem AMR-Tool und sind dort für Sie bestellbar.